Weidmannsheil! Heute möchte ich euch mein beliebtestes Taschenmesser vorstellen und zwar ist das das Pole Force Mic One Outdoor. Das sieht so aus. Und so ist mein EDC, könnte man sagen. Also mein Every Day Carry. Generell zu dem Messer, es ist ein Taschenmesser mit einer Handöffnung. Das kommt in so einer netten Tasche daher, die man verschließen kann. Mit einem Schloss nochmal extra. Hier hinten hat man Klettverschluss. Wir haben hier eine Gesamtlänge von 220 Millimeter, also 22 Zentimeter. Die Klingenlänge beträgt 9,5 Zentimeter. Die Klingenstärke sind 5 Millimeter. Und das Gewicht sind angenehmer 160 Gramm. Das Messer ist ideal, um es jeden Tag zu tragen und mitzuführen. Eben aufgrund des Gewichts von nur 160 Gramm macht es richtig Spaß, das mitzuführen. Es ist relativ wuchtig. Wir haben hier ein Griffmaterial von G10. Gefrästes G10 ist das. Und auf der anderen Seite haben wir Titan. Das ist ein Framelock, sprich die Arretierung funktioniert über diesen Griff mehr oder weniger. Und er hat noch zur Sicherheit ein Rotorblock, so nennt sich das. Wenn man den hier verschiebt, dann sperrt man diesen Griff hier. Wir haben hier einen Taschen- oder Gürtelclip aus Stahl. Der ist recht fest und sehr angenehm. Auch mit dieser leichten Erhöhung kann man das recht leicht einfädeln, also sprich anbringen. Wir haben hier einen Fingerjoil. Und das ist auch richtig schön zum Festhalten. Und hier mit dem Daumen kann man dann eben nochmal Druck ausüben. Also super für Schnitzarbeiten. Man hat ein sehr gutes Gefühl, man kann richtig schön Kraft ausüben. Hier ist ebenfalls nochmal so eine Daumenauflage. Aber man hat sie auf beide Seiten. Das macht es richtig schön führig, das Messer. Man verzichtet natürlich ein bisschen auf Klinge hier. Allerdings eben dieser Vorgriff ist richtig schön zu schnitzen. Wunderbar. Ja, generell zu dem Stahl ist ein Neolox. Also ich bin mit diesem Stahl wirklich sehr zufrieden. Also es ist ein harter Stahl, relativ rostfrei, rostträge könnte man sagen. Die Klinge ist nochmal drobatisiert, sprich sie hat nochmal einen Schutz gegen Rost. Und dieser Stahl ist wirklich Wahnsinn. Also das ist echt toller Stahl. Er ist ihr lange schnitthaltig, aber auch relativ schwer, klarerweise zum Nachschärfen. Der Härte Rockwell liegt so um die 60, ja. Das ist wirklich ein tolles Messer. Leicht, führig und wirklich mit jedem Griff angenehm zum Halten. Und wie gesagt, dieser Vorgriff ist wirklich ein Traum. Zu der Einhandöffnung, man kann den Clip hier abschrauben, das ist möglich. Und dann wird es wahrscheinlich egal, auch in Deutschland zum Tragen sein. Aber genau das macht es ja aus, eigentlich diese Einhandöffnung sehr bequem. Also das ist richtig angenehm. Und auch nochmal für den Daumen, eine richtig schöne Auflagefläche. Was gibt es noch zu sagen? Wir haben hier diese großen Schrauben, relativ einfach. Die kann man mit einer Münze, mit einer Sendmünze, kann man das aufschrauben und festmachen. Die Klinge hat ganz leichtes Spiel. Das kann man festziehen, allerdings ist dann natürlich die Einhandöffnung nicht mehr so einfach. Sprich, umso fester man das zieht, umso weniger Spiel man hat, klarerweise umso schwerer geht es dann auf. Mich stört dieses Klingenspiel nicht. Ich würde damit nicht irgendetwas aufhebeln, ja.